In unserer Parascha Miketz lesen wir, wie Josef den amerikanischen Traum erlebt. Von seinen Brüdern die Sklaverei verkauft, wird Josef zum Vizekönig des Pharaos und regiert über Ägypten. Eine Hungersnot überzieht den gesamten Nahen Osten, aber dank Josef bleibt Ägypten verschont. Zu dieser Zeit hat Josef schon 22 Jahre lang seine Heimat und seine Familie nicht gesehen. Und plötzlich sieht er seine Brüder, die nach Ägypten kommen, um Getreide zu kaufen. Sie erkennen Josef nicht und er gibt sich ihnen nicht zu erkennen. Stattdessen verdächtigt er sie der Spionage und lässt sie festnehmen. Was spielt Josef hier eigentlich für ein Spiel? Und warum hat Josef in diesen 22 Jahren nicht ein einziges Mal nach Hause telefoniert? Er hätte doch seinem geliebten Vater einen Brief schreiben können. Etwas wie, lieber Papa, hier ist Josef, ich bin in Ägypten und sitze im Gefängnis. Und wie geht es dir? Oder etwa, lieber Papa, hier ist Josef, ich bin der Vizekönig des Pharaos. Und wie geht es dir? Eine Reise von Ägypten nach Kanaan dauert nur sechs Tage. Dieser Brief wäre schneller angekommen als manches DHL-Paket. Aber Josef tat nichts dergleichen. Warum eigentlich nicht? Um den Grund zu verstehen, müssen wir die ganze Geschichte aus Josefs Perspektive betrachten. Denn wir, die Leser, kennen eine ganz wichtige Tatsache, die Josef fehlte. Nämlich, Josef wusste nicht, dass seine Brüder einen böswilligen Plan sich ausdachten. Er wusste nicht, dass sie seinem Vater Josefs Tod durch einen blutgetränkten Mantel vortäuschten. Wie hätte er das wissen können? Im Gegenteil, Josef glaubte, dass sein Verkauf in die Sklaverei mit der Einwilligung seines Vaters geschehen war. Schließlich war sein Vater ein reicher Mann mit internationalen Beziehungen. Josef dachte bei sich, warum kommt mein Vater nicht mich nicht suchen? Warum sucht er nicht nach mir? Seine einzige Schlussfolgerung war, mein Vater hat mich aus der Familie verstoßen. Aber wir wissen, in Wirklichkeit dachte sein Vater, dass Josef tot sei. Jetzt verstehen wir auch, warum Josef seinen Sohn Menaschi nennt und sagt, Gott hat all meine Mühsal und das Haus meines Vaters vergessen lassen. Josef wollte seinen Vater und seine Brüder vergessen. Josefs Weltanschauung beruhte auf eine falsche Annahme. Und die Weltanschauung seines Vaters beruhte auf eine falsche Annahme. Sein Vater dachte, Josef sei tot. Und Josef dachte, sein Vater habe ihn verstoßen. Josef erkannte seinen Fehler erst viel später, als Jehuda um Benjamin flehte. Was wir in der nächsten Parascha lesen. Jehuda spricht im Namen seines Vaters Jakob. Ihr wisst selbst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Der eine ist von mir gegangen. Und ich muss mir sagen, gewiss ist er zerfleischt worden. Ich habe ihn bis heute nicht wieder gesehen. Erst zu diesem Zeitpunkt versteht Josef, was wirklich geschah. Er versteht, dass sein Vater nicht an seinem Verkauf beteiligt war. Sein Vater wusste nichts davon und glaubte immer noch, dass Josef von einem wilden Tier verspeist worden war. Plötzlich wurde ihm klar, warum sein Vater ihn nicht suchen kam. Vielleicht verstand Josef, dass seine Brüder Jakob austricksten, indem sie eine falsche Geschichte erzählten, dass er von wilden Tieren zerrissen worden war. Sobald Josef begriff, dass sein ganzes Verhalten gegenüber seinen Brüdern ein schrecklicher Fehler gewesen war und dass seine Gedanken und Gefühle der Ablehnung durch seinen Vater unbegründet waren, gab er seinen Brüdern seine wahre Identität preis und suchte sofort die Wiedervereinigung mit seinem Vater. Schabbat Shalom. bis sind bis 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 Vielen Dank.